einen wunderschönen guten tag meine freunde herzlich willkommen zu einem neuen video ich habe heute war ganz viele spornex in meiner hand ratet mal warum richtig es gibt heute wieder was zu gewinnen dabei ist auch der dark und mein ganzer channel mts ist voll ich habe ganz viele leute bei mir die ja die jetzt quasi auch was gewinnen wollen und die liebe dame hier wird dann gleich auslosen wer was gewinnt das werdet ihr gleich hören und hinter mir baut jemand einfach mal der exodus logo ja geil danke dir ich finde das geil ich finde richtig nice so wie der ganze funktioniert ist ganz einfach das erkläre ich euch mal ganz kurz oh ja gut was verschenken ich freue mich hör mal was ist mit die heute los warum bist du so gut drauf ich hatte gestern sechs ja okay also ja gut aber hauptsache sie gut hauptsache sie hat gute laune der recherche egal sie wird jetzt quasi auslosen wir haben jetzt 44 personen hier in dem channel von denen sind zwei der dag und ich also das heißt ab 2 sehen wir los und wir machen das jetzt mal ganz einfach ihr seht jetzt was ist zu gewinnen gibt als haustier so und jetzt werden wir mal den ersten kandidaten auslosen alexa eine zahl zwischen 1 und 42 22 so das wäre dann in dem fall der liebe noah herzlichen glückwunsch so pass auf jetzt machen wir das ganze einfach so ich gp mich zu ihm der ist nicht auf dem server der heißt dirk ist cool irgendwas glaube ich dirk ist cool fs soweit ich das weiß da bist du ich hab dich dirk bist du das ja aus dem ts sehr gut pass auf dann habe ich dich jetzt mal markiert und jetzt habe ich ja hier ganz viele sachen in der hand und alexa wird jetzt entscheiden was du kriegst ja ich hoffe krieg was geiles geschenkt die ist heute echt gut drauf ich merke das schon so also jetzt muss nur noch die alexa eine zahl zwischen 1 und 9 nennen alexa nenn mir eine zahl zwischen 1 und 9 4 das wäre ein zombie ja geil du hast ein zombie aus zu gewonnen wo soll ich ihn hinpacken ja der da muss halt ein bisschen dunkel ne weil sonst geht er dir kaputt du das ist richtig der muss in die dunkelheit sonst ist er kaputt am besten einbauen ja mach doch mal kurz hier ganz schnell eine wand in die versiedlung er ist auch schon ganz winterlich angezogen ja also hier rein sicher ja dann geht mal raus ne der frisst euch sonst ja der ist ja kannst du direkt jawohl genau gleich namensschild geben ja ich gehe jetzt hier wieder raus und nur ja dann danke fürs herbeisein krieg dich einfach mal aus dem channel so dann kommt der nächste dran weil so doppelte gewinnchance wäre das sonst das wäre doof ne jetzt drin lassen dann ziehen vielleicht noch mal beziehungsweise ihr versteht was ich mein jetzt nehme ich nur noch 41 so also alexa eine zahl zwischen 1 und 41 fünf philip hier hat elf kildern ja die elf kilder bist du da ja er ist da super ich bin auch bei ihr hatte elf killer so da soll es dann wahrscheinlich rein ja gut alles klar dann wenn wir jetzt nur noch gucken was du bekommst ich bin mal gespannt wenn das jetzt ein zombie oder so ist ist natürlich ein glasdach doof ne das weißt du ja also ist ja dunkel da passiert ja nix ne alexa eine zahl zwischen 1 und 9 1 plus 9 ist 10 das ist wichtig lecker eine zahl zwischen 1 und 9 5 ja das ist also das ist ein jackpot also ohne mist ohne mist jetzt das ist ein jackpot ist ein fucking zombie horse weißt du eigentlich wie selten das ist ich glaube das ist das einzige auf dem ganzen plot auf dem ganzen server auf dem ganzen server auf dem ganzen server ist es ein hundert prozent ist das ist einzige also ganz sicher ja das sollte sich gerne name tag name tag sonst ist es weg nennen das mal mach halt mal ein einziges name tag fertig und nennen das gewonnen ne und dann später kann man das ja umbenennen das ist ja nur dass wir das jetzt rechtzeitig machen nicht dass es gleich weg ist dann würde ich sagen alexa nennen mir eine zahl von 1 bis 39 37 ach du scheiße der hoffi glaube ich ja der hoffi richtig der hoffi hat gewonnen hoffi hat gewonnen so er ist da ich habe übersprungen bumms ich bin beim hoffi 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 jetzt zeig mir mal wo du es haben möchtest ah der ist auch schon mal kümmer hier ist auch schon was vorbereitet ne so nicht füttern ja hat das schon ein ding ich weiß nicht wenn ich da jetzt was ich kann das gerne mit da rein machen aber ich habe jetzt zum beispiel auch eine witch drinne und blaze und ne also ein slime habe ich auch soll ich mach das hier mit rein ne so scheiße ich bin doof macht das mal schnell wieder zu alexa nennen mir eine zahl zwischen 1 und 9 hoch ein blaze also gehen sie nicht gegenseitig eigentlich nicht hoffentlich nicht nö sieht gut aus ja viel spaß auf jeden fall mit dem blaze würde ich sagen hoffi so schiebe ich den guten mann mal raus nennen wir eine zahl zwischen 1 und 38 12 12 und mich hochscrollen warte mal mega fs mega fs hat gewonnen so schon lack ja ich möchte euch machen ja jetzt haben die schon zombie das gibt es gar nicht kriegen sie noch was ja mega dann bin ich mal gespannt es sind ja unterschiedliche spieler leute ne vergesst das bitte nicht nur weil die jetzt zusammen spielen bestrafe ich die doch nicht ja bevor jetzt einer schreibt unfair ist ja klar warum soll ich die denn jetzt noch die hat doch gerade eben gar nicht gewonnen leute das war der andere kollege die spielen halt zusammen ne dufst du halt wenn wenn die machen ja ein riesen gas zusammen deswegen bestrafe ich die doch nicht so mega wo soll es hin hier rein ja dann würde ich mal jetzt schon mal anfangen die dicht zu machen überall ne alexa nehmen wir eine zahl zwischen eins und neun vier und noch ein zombie ja der kann hier hoch ne deswegen was statt mal hier ab so ich hab dir da mal deinen bilderrahmen abgerissen ich hoffe das ist nicht schlimm gönnt euch den snowman könnt euch auf jeden fall so mega damit bischof ja schon raus gut sehr gut sehr gut ja nur nach 36 also wieder einer disconnected klar ne 100 mark kosten die war ja was ein spanner oder was also ein sporn ei ja dann ist das die niete ne ja mein gott also besser als nichts aber ja ich muss ja auch ließen für 100 da kommt man 100 stück dann also 100 zombies alexa eine zahl zwischen 1 und 36 bitte das soll nicht dass du sein glaube ich ja johnny testo hat gewonnen so johnny testo der ist auch schon lange da bei uns hatte man eine längere auszeit aber man kennt sich man kennt sich johnny johnny die ja meine freunde immer nicht vergessen wenn ihr mal bei sowas dabei sein wollt ihr müsst nicht nur im stream sein sondern ihr müsst auch hier auf dem server aktiv spielen sonst könnt ihr ja nicht mitmachen ne ganz klare sache alexa nennen wir eine zahl zwischen ja ich ja gut jetzt alexa nennen wir eine zahl zwischen 1 und 9 6 mal was neues was hat er bekommen ein creeper ein creeper ein creeper johnny wo soll der hin ich meine es ist ein creeper ne also am besten ist wenn er eine glaskiste hätte dann kann man ihn ja ich glaube es auch so jetzt frage ich mich und ich frage uns wie viele leute sollen jetzt noch ein haustier von mir bekommen ich habe mal gemacht das ist jetzt weiß das nie ich habe mich mitgezählt aber das waren vier oder fünf es gibt nur als neun dann kann ich mich zubauen johnny baue mich einfach so er ist halt ein creeper nicht statt der bummacht ich weiß nicht ob du dings aktiviert hast so ja schwierig wie viele denn noch bums sage ich doch hier raus das wird sonst nix das ist ja das was ich gerade gesagt habe johnny du darfst du nicht drin bestehen so genau name tag ihn noch jawohl macht wieder zu jawohl jetzt passiert nichts mehr jetzt hast du deinen eigenen creeper ich wünsche viel spaß damit ich will mal kurz überlegen ich glaube ich mache es nach timer einfach ne ich war jetzt ja 16 minuten aufnahme zu machen nach aufnahmezeit so also dann machen wir jetzt mal weiter und zwar alexa nennen wir eine zahl zwischen eins und sechs und dreißig drei und zwanzig bt oder beauty oder beauty aus der johnny mitgezählt also scheiße dann bett bonnet ja dann hat bett bonnet gewonnen bett bonnet ich hoffe du bist ja ja schon was in der hand hast du bock gibt es etwas was du gerne gewinnen würdest hast du bock hast du lust also was würdest du gerne gewinnen schreib mal das ist ein horntier das ist ein horntier das ist aus der 1 14 das ist aus der beta das horntier das gibt es hier nicht wir haben nicht die 1 14 mein freund das tut mir jetzt leid für dich wenn du das meinst so dann das zombiepferd das ist natürlich geil ne gib ich dir recht guck mal hier unten ist doch super bumms oder viel zu solch hier hinstellen ja ich finde das auch super kannst ja später noch hübsch machen ne so alexa nennen wir eine zahl zwischen 1 und 9 1 line alter vater das ist holy shit glaubt da gibt es tatsächlich auch nur eins von ja können wir ich mache hier so damit er nicht kaputt geht also können wir auf jeden fall weiter ins leiden weil das ist also den gibt sie glaube ich auch nur ein einziges mal ja er ist einfach nice einfach mein slime ne ich auch natürlich eine geile haus aus die geschichte so ja dann danke fürs mitmachen auf dich muss ich leider hier aus dem channel kicken tschüss so ist schon wieder alle sind schon wieder leute diskonnected alexa eine zahl zwischen 1 und 34 1 muss ich mal als ihr seht jeder kann theoretisch dran kommen muss immer ich sag mir bitte dass du da ja bist da okay super wo möchtest du es hin da weißt du noch gar nicht mehr du deinen epischen plot hier weißt du das schon wohin einfach hier rein was hier einfach hin aber das kann doch weglaufen dann die tür zu alexa nennen wir eine zahl zwischen 1 und 93 das wäre eine witch naja das leimann paar verkauft hat 100 stück oder so ja das ist jetzt immerhin immerhin etwas ne die käfig reinstecken das wäre es glaube ich ja ja die ist ja und guck dich grimmig an also viel spaß damit und die laden geht übrigens auch nicht so ein machen wir noch meine freunde einen machen wir noch ich bin mal gespannt vielleicht schafft ja jetzt einer mal irgendwas richtig krasses also also richtig krass ist natürlich ein endermite oder halt ja so dings ist halt geil hier zombiehorst das ist natürlich der überschritt da ist ja alle absolut überschritt also ein machen wir jetzt noch alexa nenn mir eine zahl zwischen 1 und 33 24 maxi fs maxi fs ist es ist der der gerade geschrieben hat er gewinnt nie was ich glaube schon ja ja maxi da gewinnt nie was ne ja ich merke ich merke drei fs leute ach was stimmt schon wieder fs sagte kann doch nicht wahr sein ja gut aber hey leute die spielen halt alle zusammen auf einen großen merch wenn ihr das auch machen würde dann habt ihr ja auch ne so und so viel chancen auch wie süß guck mal hier gelinde und ich ist das schlabberig ja ich komme ja schon alexa nenn mir eine zahl zwischen 1 und 9 5 das kann doch nicht wahr sein er sagt einfach fünf und dann ist es auch noch einfach eine verdammte fünf gewesen kann ich mir doch nicht erzählen sowas mit ansage meine freunde sind wir schon am folgen ende angekommen ich hoffe euch hat die folge gefallen wenn ich öfters mal sowas machen soll dann sagt mir doch mal dann schreibt sie in die beschreibung dann schreibt sie in die beschreibung ja danke vielen lieben dank an den tag für mich mitmachen danke an euch alle leute ich mache sowas natürlich gerne öfters mit euch aber wie gesagt ihr müsst auf dem server sein und auch im stream sonst funktioniert natürlich nicht vielen lieben dank für alles und alexa sagt tschüss auf wiedersehen check ich doch so